Abstand nehmen. Manchmal muss man Abstand nehmen von etwas, womit man momentan gerade nicht zurechtkommt. Manchmal muss man mindestens vorübergehend Abstand nehmen und sagen, ich brauche etwas Zeit, um mich wieder zu regenerieren. Manchmal ist es gut oder eigentlich immer gut, dass du auch mal einen Tag oder zwei frei hast, Wochenende und es ist gut, Abstand zu nehmen. Manche Menschen sagen auch mal zu ihrem Partner, ich brauche mal einen Tag Ruhe, ich brauche mal einen Tag für mich, ich muss Abstand nehmen. Und manche Menschen machen mal ein Wochenendseminar, Yoga-Seminar in einem der Yoga-Vidya-Ashrams und sagen, es tut ihnen gut, erst mal Abstand zu nehmen von ihrem normalen Alltag. Der Mensch muss sich immer wieder regenerieren, er braucht neue Kraft. Du kannst nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr mit etwas sein. Die menschliche Psyche muss manchmal sich regenerieren und auch der Körper braucht Regeneration. Und all das geht leichter, wenn du mal Abstand nimmst. Abstand nehmen muss nicht dauerhaft sein, aber er kann auch dauerhaft sein. Du kannst auch zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt Abstand von diesem Projekt. Und dann heißt es, dass es vielleicht sogar dauerhaft ist. Manchmal musst du Abstand nehmen von einem bestimmten Vorstandsposten, Vorstandsposten, manchmal Abstand nehmen von bestimmten Dingen, die dir vorher wichtig waren. Manchmal ist es gut, vorübergehend Abstand zu nehmen, um neue Kraft zu sammeln. Und manchmal ist es gut, etwas ganz sein zu lassen. Leben besteht eben nicht nur daraus, dass du etwas tust und dich immer mehr engagierst und dich durchsetzt und umsetzt. Leben besteht auch aus Loslassen und Abstand nehmen. Nicht umsonst gibt es in der indischen Mythologie Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist der Schöpfer, Vishnu der Erhalter, Shiva der Zerstörer. Und so gehört Abstand nehmen auch zu Shiva. Und Shiva ist auch das Loslassen und auch das Zerstören und manchmal auch das nur vorübergehende Abstand nehmen.